moin moin und hallo herzlich willkommen zu einem neuen darf cancel anhebungs video heute wollen wir nämlich mal den darf nach vorne kippen als allererstes wir brauchen equipment also wir öffnen an der seite das vorgezogene handschuhfas sozusagen und holen dort erst mal unser equipment raus denn da ist nämlich der stab drin den wir erstmal zusammenstecken werden denn diesen stamm brauchen wir um nämlich die anheberarbeiten durchführen zu können dann begeben wir uns auf die rechte seite unseres darf cancel und sehen dort so ein loch darüber hinter dem rathaus sehen wir da ist eine lockere platte die können wir einfach entnehmen wir seht dran roppen ein wenig und dann geht's los wir sehen dort den mechanismus spricht die pump area und weiter unten sehen wir das ventil welches unsere kanzel in position halten kann nun bewegen wir uns in das ventil und werden es erst mal so richtig schön bearbeiten indem wir es nach rechts drehen das bedeutet wir schließen das ventil dadurch wird nämlich jetzt wenn wir den stab nehmen in die kanzel packen oder eher gesagt in die pump mechanismus packen wird nämlich dann ja ein druck aufgebaut beim anderen beim end lüften da ist kein druck mehr da das heißt dort wäre dann die andere richtung angesagt jetzt heißt es pumpen wie sau es dauert ein bisschen und wenn ihr über einen scheitelpunkt des vorgerungen kanzel über kommt dann wird die kanzel auch automatisch bis zur endposition nach vorne kippen nur so nebenbei wenn ihr schon vorher irgendwo dran kommt dann solltet ihr es dabei belassen denn es dauert viel länger und braucht viel mehr kraft um die kanzel dann aus dieser nullstellung wieder rauszuholen aber es ist natürlich möglich da passiert euch nichts jetzt natürlich vorher in der kanzel solltet ihr alle sachen in sicherheit gebracht haben dass nichts in die windschutzscheibe fällt weil wir heben nämlich jetzt das komplette fahrerhaus nach vorne weg wir kippen es immer weiter um dann ranzukommen und dann haben wir zugriff auf alle lebenswichtigen organe der technischen seite eures darf trucks und da seht ihr auch diesen mächtigen fetten packer motor nice style wie ihr seht diesel power und zwar richtig ein reihenmotor vom feinsten mit sehr viel drehmoment für ganz viel fun so aber auch wenn ihr alles sauber gemacht haben soll oder repariert haben soll dann müsste ja die kanzel auch wieder runter holen okay lasst uns nun die kanzel wieder in position bringen dafür müssen wir das ventil auf der rechten seite schließen das heißt nach links drehen nun müssen wir wieder pumpen klar weil wir die kanzel ja wenn sie über dem scheitelpunkt war wieder zurückholen müssen dafür muss sozusagen ein anderer zylinder dann mit luft gefüllt werden am schluss kommt durch diese pump bewegung die kanzel relativ schnell wieder zurück in position und rastet dann auch merklich wieder ein und wenn ihr nicht genug dieses nach unten gelockt haben solltet dann seht ihr das auch später im führerhaus an eurem screen denn dann wird dort nämlich eine info auf poppen wenn da noch nichts eingerastet sein sollte weil ihr wollt ihr wollt ja nicht während der fahrt einfach mal nach vorne kippen das wäre nicht so angenehm okay also wenn es nicht mehr weitergeht und ein klick zu hören war dann seid ihr da könnt doch ein bisschen nachbumpen können auch ganzen tag noch problem ist kein problem aber wenn ihr dann doch mal fertig seid dann stecken wir das cover wieder in position und sind dann wieder auf der straße unterwegs ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir positives feedback und bis zum nächsten mal sun sun